Ich liebe es, Welten zu erkunden, die man lange nicht gesehen hat. Und Prince of Persia ist eine magische Welt. Es stiehlt in einer faszinierenden Welt. Es übertrifft alles, was man bisher gesehen hat. Wir haben in Marocco gedreht, in einer wunderschönen Kulisse. Marocco hat total unterschiedliche Landschaften. Eben bist du noch in der Wüste und eine Minute später stehst du inmitten schneebedeckter Berge. Einfach unglaublich. Der perfekte Ort für diesen Film. Ein wunderschönes und mysteriöses Fleckchen Erde. Nichts geht über eine authentische Umgebung, in der man sich hunderte von Jahren in die Vergangenheit versetzt fühlt. Bewundert diese mächtigen Straußenvögel! Der Dreh in Marocco war sehr anständig. Ist es heiß? 42 Grad. Ich war noch nie an einem Ort, an dem es so heiß war. Die Mocker! Set! Action! Willst du mich etwa ganz allein zurücklassen? Mitten im Nirgendwo? Der edle Dastan lässt eine hilflose Frau einfach in der Wildnis sitzen! Geht mir die Kraft, sie nicht umzubringen. Wir haben einen Stadtteil am Rand von Marrakesch gebaut. Überall gab es fantastisch geschnitzte Wände und opulente Paläste. Etwas wurde noch nie auf der Leinwand gezeigt. Wir hatten viele hundert Komparsen. Sammelt euch neu am Ost-Tor! Dieser Film ist ein Epos. Es gibt wunderbare Fantasy-Elemente mit unglaublichen Spezialeffekten. Dadurch bekommt die reale Magie des Films eine ganz neue Dimension. Der Film besticht durch seine ungeheure Wandbreite. Er ostechemische Geräusche. Untertitelung des ZDF, 2020